Oh, die Zone kommt. Moped. Oh, los. Hey. Nimm. Fahrt doch nur. Er nimmt es nicht. Wegen dem Sch... Oh, jetzt zagt er das Moped oder was? Ist das ein Rotzprogramm, Alter. Ich kotze gleich im Strahl. Oh, so ein Drecksprogramm, Alter. Ich schaffe auch nicht. Ach, komm. Ach, komm. Ist das... Nee. Ich will aufsteigen. Da setzt er sich nicht drauf. Er zeigt es mir noch an. Er zeigt es mir noch an. Er macht es einfach nicht. Ist das ein... Oh, nee, Alter. Halt doch die Schnauze, Junge. Das ist so. Wo passiert uns das, Simon? Ist das sinnlos. Dumm, Alter. Ja. Ja, komm mal gut rein. Ich glaube, es sieht... ...nicht gut aus. Ich hätte... ...nicht nochmal zumachen dürfen. Aber... Dein Gewehr, mein Gewehr. So sieht es aus, Jungs. Matze ist hartherzig. Wenn es um seinen Sieg geht, kennen er keine Freunde hier. Naja, ich habe es ja mal probiert. Es ging ja in die Hose. Ich hatte ja mal jemanden eine Waffe aufheben lassen. und dachte, wir könnten Freunde sein. Was hängt denn jetzt hier? Wo geht's da hin mit den armen Meißen? Mann... Mit dem armen Meißen? Mann... Oh, Schrot. Nein. Hallo. Ich stehe keinen Spaß hier. Er hat da auch von Kraft geträumt. So geht's da hin. Gut, wir haben nur drei Mopeds hier. Jetzt aber zackig. Hier vorne wird geschossen. Ich смотреть was. Wysterbe. Wirreiben. Ich stehe ein. Hey. Okay, ich stehe ein. Hier开 Türgいます. oh man hat nicht viel freude gehabt am kill ach doch leider erstmal nach was haben wir denn hier schönes ist doch wunderbar so dann lass uns mal kurz sortieren jetzt wird ein schuh draus ich bin so frei so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Wie viele Aufladungen hat denn das Scheißding? Mann! Oh! Lauf! Lauf! Jetzt bin ich da gejagt. Warte, liebe Zone. Mein Auto steht hier oben. Haben wir noch irgendwo einen Schildtrank? Oh Mann! So ein Jammertal! Nein! Benutzen! Nehmen wir gleich! Was? Ich hatte wohl noch... Hä? Wie geht denn das? Ich hab doch einen verbraucht. Achso! Es waren mehr als einer in dem Paket. Genau. Ähm. So. Wo holen wir uns jetzt unseren Schild... hierher? Bitter! Natürlich nicht! Wir brauchen unbedingt einen Schildtrank. An der Tankstelle gibt's sowas. Was? Jetzt hab's doch alle weggeschossen. Weggeschissen. Ey, an den Tankstellen gab's doch immer hier Automaten. kaputt gemacht. Oder was? Oder was? GAS! Nein! Das sind auch noch die gelben Trottel hinter mir her. Nein! Ui, ich müsste mich mal heilen, etwas. So, das Sniper kann mit. Okay, jetzt muss ich mich eigentlich noch ein bisschen in Ordnung reinbringen. Vielleicht ist die Windmühle ja ein schöner Ort. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, mein Punkt ist doch hier Vielleicht mal drehen Schon wieder eine Hetzerei hier Auf wen schießt er denn? Ach! Nein! Nein! Alter! Heile dich! Oh! Noch so ein Ding! Das ist ja der Wahnsinn Der eine muss eigentlich von hier drüben kommen Ja! Ab! Da war sie! Der epische Sieg! Ach! War das wieder ein Spaziergang! Ach! Nein! Ach! Es macht ja fast gar keinen Spaß mehr! Ne Quatsch! Ich freue mich! Trotzdem riesig! Trotzdem riesig! Wenn es mal so gut geht! Hat ja heute im Duo hat es ja nicht so geklappt mit Bleispender! Aber jetzt dafür auch noch mehr! Aber jetzt dafür auch noch mehr! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Willkommen!